Grüezi miteinander, ich bin der Thomas Felix von der Felix Gartenbau AG. Ich stehe gerade im Batzenheide in der Gärtnerei. Wir sind dort gerade im Endspurt für den Blumen- und Pflanzenmarkt, die wir am 1. Mai-Wochenend haben. Wir haben dort eine grosse Auswahl an Sommerblühe, Sommerflur, wie auch Gewürze und Krüttchen. Gemüsesitzchen haben wir am Magenbrot in verschiedenen Farben und Formen. Es würde uns freuen, wenn ihr uns besuchen würdet, zu Batzenheide. Wir sind von 8 bis 4. Vielen Dank und wir freuen uns auf euch. Untertitelung des ZDF, 2020